Lieber Herr Professor Zernico, im Namen der Vodafone Stiftung gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu 10 Jahren Kinderpalliativzentrum. Ich freue mich sehr, dass wir dazu beitragen konnten, dass dieser so wichtige Ort für junge Menschen mit lebensverkürzenden Erkrankungen entstanden ist. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team für die Zukunft von Herzen alles Gute und seien Sie auch weiterhin ein Lichtblick für Familien in schwierigen Lebenssituationen. Herzlichen Glückwunsch!